Ja, hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Survive Fallout 4. Wir sind hier noch in der Krippe Green Top. Wir haben im letzten Part erfolgreich mal etwas erledigen können. Ja, wir sind durstig. Also, trinken wir was? Ja, ich hab sie schnell wieder auf A gedrückt. Aber wir sind gut. Und dann könnten wir ruhig schon mal wenigstens ein Wasser noch aufbauen. Wasserpumpe. Was haben wir denn hier? Das kann auch erstmal alles weg. Dünger ist gut. Für Jet, glaube ich, war das. Beton. So. Wasser, genau. Nehmen wir so eine oder gleich so eine? Nehmen wir so eine. Und eine Windmühle dabei. Ich hoffe, es klappt. Wenn nicht, erschieße ich mich. Nein, doch. Nein, Quatsch. Energie. Was sind denn das hier alles für Teile? Energie. Logikata. Oh Mann. Nachts um 3 Uhr werden alle munter. Überträgt Energie, wenn nicht alle Eingänge mit Energie versorgt werden. Nein. Logikata. Wenn mindestens ein Eingänge mit Energie versorgt werden. Keine Ahnung. Stromverteiler mit Stützen. Ah, okay. Das ist das hier. Construction, hm? Ja, da könnt ihr mir ja mal ein paar Tipps geben, weil ich bin zu blöd dafür. Was kann man denn alles so bauen? Also. Laserstrahlennetz. Äh, ich meine hier. Was für Baumaschinen kann man bauen? Rüstungsschmiede. Waffenschmiede. Hey. Sehr gut. Automatik-Webstuhl. Energiewaffenschmiede. Und die kann man dann so zusammensetzen. Mit diesen Fließbändern. Und irgendwann kommt dann was raus, oder was? Schwere Waffenschmiede. Ei, 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 ei. Munitionsfabrik. Walzwerk. Pyrotechnik-Walzwerk. Kocheinheit. Also die, die, die Waffen und, äh, Rüstungsschmiede und, äh, Baumaschine, okay, nicht so, aber Waffen, Munition und Rüstung, das würden wir irgendwann mal bauen. Müssen wir nur gucken, wo. Schließt ein Terminal an, um zu bestimmen, was hergestellt wird. Stellt Energiewaffen aus dem Inventar her, schließt ein Terminal an. Stellt schwere Waffen aus dem Inventar, schließt ein Terminal an, um zu bestimmen. Okay. Sonstiges, was ist das denn? Zuführtrichter. Ah. Das braucht man dann? Und drunter ist dann die Maschine, oder wie? Sortierer, Stahlschrauben, Hand, das aktuelle Eingehen, Objekte werden mit Energie versinkt. Okay. Äh, ja. Da müsst ihr mehr, aber dann, das finde ich cool. Haha. Moment. Nee. Buchstaben. Aber die leuchten nicht, oder? Acrylbuchstaben. Okay. Okay, was waren wir denn jetzt hier? Meine Windmühle. Nicht noch Müll rum, was ich nicht gesehen habe. Da kann ich erstmal so stehen bleiben. So. Da haben sie auch 13 Wasser. Und. Ja, wem Schutz. Das ist halt blöd, gell? Ja. Schade. Schutz fallen. Aha. Böse, böse. Ja, uns fehlen Schaltkreise. Und Konsorten. Gut, jetzt haben wir wieder 6 Minuten verplempert. Was machen wir als nächstes? Ähm. Nordhagen Beach. Preston Garvey hat mich gebeten, eine Siedlung aufzusuchen, die Hilfe von den Minutemen angefordert hat. Ich sollte mich so schnell wie möglich nach Nordhagen Beach begeben und sehen, was ich tun kann. Oh, 2 Level abhaben wir auch. Aber ich, ich behalte sie mir mal im Hinterkopf. Äh, eventuell Waffenfreak oder so nochmal und Rüstung. Aber ich bin mir noch nicht so sicher. Aber die 2 Sachen wären vielleicht noch wichtig. Äh, auf Karte an der Anzeigen. Ja, das ist ja, wo sind wir? Wir sind hier. Ja, ist nicht so weit. Äh. Blackheart Ufer. Wie gesagt, das würde ich gerne nochmal nehmen. Was haben wir hier? Tempans Bluff. So, 36 Leute. 6 Leute. 6 Leute. Ja. Also, die sind alle noch nicht richtig miteinander verbunden, wie man sieht. Also, von hier nach hier könnten wir noch jemanden schicken. Ich glaube, das sollten wir uns mal drum kümmern. Von hier nach hier dann jemanden. Ja. Also, da sind 6 Leute, Schutz 16. Wir müssen uns jetzt erstmal auch um die Siedler kümmern. Country Crossing hat 5 Leute. Schutz 7, Betten 11. Hier ist halt noch nichts. Energie 5. Oberland Station hat 7. Wasser, Betten 5. Red Rocket ist, brauchen wir erstmal gar nicht. Century Hills. Schutz 0. Ja, ja, das ist... Essen auch. Komm. Stellar Drive-In. Hat kein Essen. Ich würde sagen... Wir müssen uns erstmal um unsere Siedlung kümmern. Bevor wir neue aufnehmen. Ja. Was ich machen kann, damit die Versorgerin wieder auftaucht, wenn sie nicht gestorben ist. Mal hier so ein Meeting veranstalten. Und dann sie woanders hinschicken. Das Sanctuary. Damit wir eventuell Schallkreise kriegen. Nein, das war gar nicht hier. Nein, das war hier. Nein. Die Verses. Tools. Okay. Machen wir das eben. Was ist los? Ist schon gut. Ich wollte mit ihr reden. Versorgungsroute. Machst du bitte nach Sanctuary Hills. Und... Was brauchst du? Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Na klar. Schruppe. Kronen. Aber sie kann ja nicht sterben. Sie ist ja ein Hauptsiedler. Brauchst du was? Nein, schon gut. Okay, sie geht jetzt... sozusagen... nach deinem... äh, nach deinem City. Was brauchst du? Nix. Ich gehe eine Stunde schlafen. Vielleicht verschwinden sie dann. Die machen sich auch... an die Arbeit. Ähm... Hat es denn jetzt geklappt? Geht sie denn jetzt dahin? Daten. Karte. Oh. Es geht in zwei Richtungen jetzt. Es kann in zwei Richtungen gehen, das glaube ich nicht. Die kann man nicht aufheben. Wenn jeder bereit wäre, ein Gewehr in die Hand zu nehmen und seine Nachbarn zu beschützen, hätten die Raider keine Chance. Ich habe ein Problem auch mit Preston. Was ist los? Ich gehe schlafen. Äh... Er kommt aus seiner Power... Brauchst du was? Er kommt aus seiner Powerrüstung nicht raus. Preston. Aufgepasst! Was brauchst du? Warte mal. Ich würde dir lieber Rückendeckung geben, aber okay. Entschuldigung. Meinst du, wir sind bereit, die Burg zurückzuerobern? Äh... Ich denke drüber nach und sage dir dann Bescheid. Wie du meinst. Lass es mich wissen, wenn du die Sache durchziehen willst. Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran. Biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Aufgepasst! Sag mir einfach, wo. Willst du Vorräte tauschen? Kein Problem. Wenn ich ihm seine Fusionskerne wegnehme, geht er dann irgendwann aus der Powerrüstung raus? Hä? Wäre das möglich? Ich weiß es nicht. Aufgepasst! Zu mir! Meinst du... Nein, Preston. Wir sind bereit, die Burg zurückzuerobern? Ich denke drüber nach und sage dir dann Bescheid. Wie du meinst. Lass es mich wissen, wenn du die Sache durchziehen willst. Oder ich kann es ihm erst in der Nähe von einem... einem Dingens-Star sagen. In der Nähe von einer Powerrüstungsstation. So. Fusionszelle. Brauchen wir die hier? Wir nicht, aber wahrscheinlich Preston. Was gibt's? Okay. Ich bleib auf dieser Position. So. Was hat er denn für Waffen? Schuss gedämpft? Ich hab keine... Doch, ich hab mal welche. So, Preston. Was kann ich denn noch ablegen? Das Jagdgewehr. Das würde ich aber gerne mal mitnehmen. Ich denke, wir werden nach Central laufen. Das ist mein Plan. Wir gehen nach Central. Oder machen wir erst die Siedlung auch noch? Ja, okay. Komm, gehen wir nach Nordtagenbeet. und... Ja. Kommt. Ich glaube, ich muss jetzt irgendwo stehen lassen. Gehen wir. Gehen wir. Das ist aber auch nicht die Falle. Was ist mit uns denn schon wieder? Müde. Leicht hungrig. Okay, müde müssen wir halt schlafen. Hilfsmittel. Bist gut gelehrt. Ab ins Bett. Müde sind wir ein bisschen schlafen. So. Sechs Stunden. Da müsste es aber gut sein. Gehen wir halt nachts. Nachts los. So. Und das andere, was können wir da mit denen machen? Keine Ahnung. So. Ja, wir haben zwar Level ab, ich weiß. Aber Moment, wir haben auch ein gutes Gewehr, was ich ähm mal liebherzen will. Das hier. Liebherzen wir und links dahin. Ja, ist gut. Gut. Dann in die Richtung. Machen wir das noch für Nordhagen Beach. Und dann kümmern wir uns erst um die Siedlung. Bauen wir den Tully weiter aus und die anderen Siedlungen müssen wir auch besuchen dann. Nee, ist ja geschützt. Bist du sicher, dass wir das nicht noch brauchen werden? Hab mein Gewehr fallen gelassen, weil ich gestorben bin und er fragt, bist du sicher, dass wir das nicht brauchen werden? Preston. Also gut, da gehen wir jetzt hin. Das will ich jetzt fertig machen. gut haben wir geschlafen. Oh, Preston? Komm. So, jetzt liebherzle ich nochmal die eine Waffe, aber die rüste ich nicht aus. Liebherzeln. In der Richtung war das, ne? Hat's geblitzt oder war das jetzt nur so ein Affekt hier? Entdeckt. Klingelkorn. Klingelkorn. Geben Sie sich zu erkennen. Recht. Bürgern wird kein Leid geschehen. Bereich sicher. Geben Sie sich zu er... Ah. Dankeschön. Legt mich los, ich bin schon wieder tot. Da unten ist noch einer. Wir müssen von der anderen Seite kommen. Wir müssen das erstmal umkreisen. Oh je. Okay, machen wir es so. Umkreisen wir das erstmal. Ach, das ist wieder lustig, Preston, wa? Und täglich grüßt das Murmeltier. So. Das nochmal Liebherzen hier. Gut. Attacke. Nein, nein, langsam, langsam. Und zum Vergleich aus der Puste. Und haben keine AP-Punkte. Danke, Preston, ich hab ihn nicht gefunden. Machen wir uns auf den Weg. Vielen lieben Dank. Ich muss die bisschen die Augen offen halten. So. War das jetzt hier, oder? Ich bin mir nicht mal sicher. Nö, das war nicht hier. Oder doch. Ja. Aber wir müssen es noch weiter umkreisen. Kompressen. 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 Und eins ist weg. So, und dann gibt es dann noch eins. Und ich hänge hier fest. So. Hier drüben was. So, und dann gibt es noch diesen Protektron da unten. Ich jetzt aber nicht sehe. Wahrscheinlich... ...da drinne ist. Nähern Sie sich und geben Sie sich zu erkennen. Rechtschaffenen Bürgern wird kein Leid geschehen. Kabumba. Der hat Schaltkreise. Ja, das wär's. So. Wo sind Sie? Schaltplatten und Terminalgrafikkarte. Wo sind Sie? Netzgeleßspur und Stahl. Wo ist der andere hin? Es waren noch zwei. Dinger, die wir abgeschossen haben. Besuchst Millimetersicherung. Scanner. Aufbereitetes Wasser. Ja. Millimeter. Na. Sehr gut. Cool. Für Raketen. 308er. Kurzjagdgewehr. Plasma-Kartusche. Und Schrotpatron. Sonst ist hier nix. 308er. Versuchen Sie kurz... Jagdgewehr. 308er. Und Schraubenzier. Silbertafelmesser. Ich mein... Okay, wir können ja wieder... Das schaffe ich nicht zu hacken. Da haben wir schon was... Für was wir unsere Punkte brauchen können. Aber wir sind halt noch zu doof. Ja, wir sind noch zu doof. So. Das Teil knacke ich sicher nicht. Ja, können wir trotzdem noch nicht. Egal. Haben wir das auf jeden Fall schon mal versucht. Und... Zurück brauchen wir auch nicht gehen. Schallkreise haben wir nicht. Da sind keine Schallkreise drin gewesen. Äh... Komponenten. Asbest. Glas. Faser, Kupfer, Nuklears, Material. Schallkreise. Los. Preston. Wir laufen nochmal nach Kindergrippe. Green Top rüber. Was? So. Los. Dann können wir da nochmal... Einen... Dingenschen machen. Nein, lauf schon. Falsche Richtung. Komm, Preston. Wir können noch Geschütztümer aufstellen. Oh, komm, spring. Dann kann ich mir auch nochmal hinlegen zum Schlafen danach. Und speichern. Juchee, wir haben Schallkreise. Dann können wir denen nochmal Schutz bieten. So. Oh, hier ist aber knapp die Grenze. Ich kann es anvisieren, aber nicht einreißen. Ich kann es auch nicht wegstellen. So. Hier kriege ich nochmal Schutz. Schaut mal da. Eins und das braucht zwei. Ja, ich mache euch erstmal die... Ach, hier um drauf geht nicht. Dann halt nochmal... Hier drauf. Auch nicht. Dann muss ich was bauen. Baum. Nee, das nicht. So was. Brauche ich euch dann nicht hier hin. Nein, ich will ein Unkraut da nicht haben. Dann kann ich euch hier ein drauf setzen. Dann kann ich euch hier ein drauf setzen. Hier. Und hier oben noch einer. Und hier oben noch einer. Ich bin übergeschossig, was mich wohl. Ja. Ich bin übergeschossig. Schau dir mal. Schau dir mal. Schau dir mal. Das wär's jetzt gewesen. Also wirklich wär's jetzt gewesen. Du Dasein! Du Dasein! Nicht verstecken! Ja. Du wolltest von hinten kommen? Pechkart. Kronkopp machen 30er glaube ich. Ich sag nix mehr. Gehen wen haben die denn geschossen hier? Da ist nix. Okay. Okay. Den letzten Mutanten holen uns da noch. Gucken wir was er hat. Guck. 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 Ich wollte mal schauen. Wegen dem Kampf. Also kann ich. Scharf und Leder bist du kann ich. Charisma und Intelligenz. Und hier ist nur Schutz. Wenn Preston da rauskommen würde, könnte er das haben. Naja, okay. Ich würde sagen, ich gehe schlafen. Ich speichere ab. Und bedanke mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis dahin. Adios.